Hey, ich wollte euch nur ganz kurz Bescheid sagen. Ich habe es getan. Ich habe mein Arbeitsverhältnis gekündigt und bin ab Ende August selbstständig oder auch selbst und ständig, wie man so schön sagt. Mein eigener Chef zu sein, macht mir jetzt schon ein bisschen Angst, weil ich den Typen einfach noch nie so wirklich leiden konnte. Aber ich bin wirklich gespannt, vor welche Aufgaben und Herausforderungen mich das Ganze so stellen wird. Um das mal in Relation zu setzen, wie unglaublich krank diese ganze Situation gerade für mich ist, stellt euch einfach mal vor, ihr habt einen Garten, den ihr neben euren Beruf, neben all euren Verpflichtungen immer wieder hegt und pflegt, immer wieder schleppt ihr euch nach der Arbeit dorthin. Es verlangt euch unglaublich viel ab, viel Zeit, schlaflose Nächte, aber ihr macht es, weil ihr einfach Spaß daran habt, weil ihr es wollt. Ihr liebt diesen verdammten Garten und ihr erwartet nicht mal, ihr wollt nicht mal eine Gegenleistung dafür. Ihr seid einfach happy, diesen Garten zu haben und dort eure Zeit zu investieren, dort euch kreativ auszuleben. Und dann ganz plötzlich habt ihr die Chance, in diesem Garten zu bleiben. Ganz plötzlich verdient ihr Geld mit diesem Garten, ganz plötzlich könnt ihr euch daraus ernähren, ganz plötzlich stehen da einfach 75.000 Leute rum und gucken euch zu, what the fuck, guckt mal weg, was ist los? Das ist alles einfach so unglaublich schwer zu beschreiben und zu fassen für mich gerade. Und obwohl das hier eventuell ein finanzielles Risiko darstellt, was komplett nach hinten losgeht, würde ich mir später in den Arsch beißen, wenn ich es jetzt nicht versuchen würde. Ich würde daran später zerbrechen, wenn ich von mir selber rechtfertigen müsste, warum ich es jetzt nicht versucht habe. Mein Hobby, welches ich seit fünf Jahren betreibe, ist jetzt einfach mein Beruf. Das ist eigenartig, um es so zu beschreiben. Und es ist bestimmt eine unglaubliche Herausforderung. Und sein Hobby zum Beruf zu machen, bietet eine Riesenchance, aber bietet auch viele Hürden, die es zu überwinden gilt. Und ich bin sehr gespannt darauf, wo die Reise hingeht. Und ich hoffe, dass ihr mich dabei begleitet. Das alles war bei weitem keine einfache Entscheidung und ich habe sehr, sehr lange mit mir selber und mit meinem Umfeld darüber diskutiert. Und ich möchte euch eigentlich mit Details verschonen, aber eigentlich müsst ihr nur zwei Dinge wissen. Erstens, ich bin echt unglaublich, unglaublich dankbar für euren Support, der mir das hier erst ermöglicht hat, der überhaupt diese Möglichkeit in den Raum gestellt hat, dass ich mich mit meinem Hobby selbstständig machen kann. Also dafür ein von meinem Herzen durch den Bildschirm hindurch pulsierendes Dankeschön. Einfach ein richtig fettes Danke. Ich verstehe noch nicht so ganz, warum ich. Ich habe generell, glaube ich, ein Problem damit zu realisieren, dass ich es wert bin, gewertschätzt zu werden. Aber nichtsdestotrotz bin ich unfassbar dankbar für einfach alles, was ihr in letzter Zeit getan habt. Ob ihr nur die Videos schaut, ob ihr kommentiert, ob ihr einfach heimlich zuguckt, ob ihr in den Streams dabei seid, ob ihr auf den Discord-Server kommt, ob einfach alles, wie ihr mit mir interagiert, ist so unglaublich positiv gewesen. Und die schiere Anzahl an Leuten, die neuerdings zu meinen Videos gefunden haben und mir eine Resonanz entgegenbrettern, damit habe ich einfach, damit habe ich einfach nicht gerechnet und es hat mich wirklich, wirklich, ja, berührt irgendwie. Ähm, das Zweite, was ihr wissen müsst, ist, dass ich anscheinend ein sehr emotionaler Typ bin. Moment. So, sorry. Ähm, also zweites wäre, dass ich zukünftig Sponsoren in meine Videos einbauen werde. Und nein, ich will keinen Sellout betreiben oder sonstiges. Ich will euch nicht einfach irgendeinen Sponsor unterjubeln, unter dem ich gar nicht stehe. Viel lieber jubel ich für The Raid Shadow Legends. Nein. Warum bin ich so? Nee, also wichtig ist mir, dass ich hinter den Produkten stehe und diese zumindest selber getestet und für gut befunden habe. Ähm, Sponsoren mit in die Videos einzubauen, also sprich 60- bis 90-sekündige Clips in meinen Videos, wo ich euch von einem Sponsor erzähle. Äh, erlauben ist mir einfach finanziell zumindest kurzfristig einigermaßen unabhängig von den Werbeeinnahmen zu sein und dementsprechend den Schritt in die Selbstständigkeit etwas leichter zu machen. Ich hoffe wirklich sehr, dass ihr mir diese ekelhafte Praktik des Geldverdienst nicht übel nehmt. Ähm, ich habe einfach riesen Sorge, dass das hier direkt zu Beginn schon in die Brüche geht, weil es finanziell einfach nicht hinhaut. Und dass ich nicht nur die finanzielle Verantwortung für mich selber, sondern auch noch für die meiner besseren Hälfte und meiner kleinen, ähm, vierbeinigen Struppels hier trage, vereinfacht das Ganze nicht gerade. Ich habe auch mega Bock, mein Content einfach ein bisschen weiter auszubauen, ein bisschen breiter zu fächern, sowohl im Gaming-Bereich als auch im, vielleicht, Real-Life-Content. Beispielsweise kann ich gar nicht kochen. Der nächste logische Schritt wäre da natürlich Koch-Streams. Apropos Streams, wir werden auch höchstwahrscheinlich noch einen zweiten Stream-Tag einführen, und zwar neben Mittwoch vielleicht noch den Sonntag, so als gebührenden Wochenaus- bzw. Einklang. Ich habe einfach Bock auf Stream, keine Ahnung, was soll ich sagen, es macht einfach Spaß. Es ist einfach geil. Vielleicht eröffne ich auch noch einen zweiten Channel für mehr Real-Life-Content oder Stream-Highlights oder sonstiges, aber das ist alles noch gerade in der Mache. Ich muss erst mal gucken, dass ich meinen richtigen Job jetzt gebührend zu Ende führe, und dann gucke ich mal, wo uns die Reise so hintreibt. Es ist auch schon wieder viel länger geworden, als ich eigentlich wollte, der ganze Bums hier. Also beenden wir das mal hier, und ich sage einfach Danke und... Danke. Danke. Darf ich mich wieder hinsetzen? Oder... Ich stehe übrigens, weil hier Ette auf dem Stuhl liegt. Ein Ette liegt da hinten und ein anderes Ette ist hier unten. Ne, sieht nicht so aus. Ich werde mir noch die nächsten drei Tage stehen müssen. Das ist... Das ist... Und das ist... Das ist... Vielen Dank.